... und macht da etwas, was den Menschen, auf die sie da stößt, vielleicht gar nicht als so eine wahnsinnige Aufgabe in unserem Sinne jetzt vorkommt. Weil oftmals ist es so, das gilt für eigentlich alle Seiten des Tisches sozusagen, wenn man manchmal einer Kultur näher kommt, die nicht die eigene ist, dann gibt es manchmal andere Werte, andere Gebräuchlichkeiten und auch ein anderes Verhältnis zu gewissen Dingen. Auch ein anderes Verhältnis zum Beispiel zum Thema Tod. Das ist für uns dann alles wahnsinnig aufregend, fremd und manchmal auch kaum auszuhalten. Für andere ist es aber vielleicht sogar was Heilsames. Das ist eine Aufgabe, die man so beim Duell um die Welt noch nie gesehen hat. Sie wird uns herausfordern, was unsere Moral und unsere Werte angeht, aber es geht darum, respektvoll etwas entgegenzutreten, was man nicht kennt. Und trotzdem ist es heftig. Meine Damen und Herren, in Indonesien, schneiden Sie sich an. Nadja Bena Issa, jetzt kommt was. Beim Duell um die Welt gab es Gefährlicheres, Anstrengenderes. Vieles, was spektakulärer war oder peinlicher. Aber nur selten gab es eine Aufgabe, die die eigene Moral und die kulturellen Werte so auf den Prüfstand stellte. Diese Aufgabe ist womöglich eine der Besondersten, die es jemals überhaupt beim Duell gab und für die jemals jemand angetreten ist. Ich mag Herausforderungen und ich finde es toll, irgendwas ganz Neues zu machen und keine Ahnung zu haben, was auf einen zukommt. Also ich kenne ja Joko schon sehr, sehr lange und als er angerufen hat und gefragt hat, ob ich mitmachen möchte, habe ich natürlich ja gesagt. Ich habe Nadja Bena Issa von den New Angels zum ersten Mal gesehen. Da habe ich noch bei The Dome Catering gemacht. Richtig. Und da habe ich schon gedacht, wenn ich irgendwann mal Duell um die Welt mache, mit Klaas Heufer Umlauf, da muss die mitmachen. Ich wusste ja nur, dass es nach Indonesien geht, nach Paloppo und in Paloppo wurde ich dann abgeholt. Und dann ging es nochmal so drei Stunden in das Landesinnere. Es war wunderschön, die Menschen waren total nett und haben gewunken und haben gestrahlt. Das ist aber, finde ich, tatsächlich ein Ort, da wäre ich auch gerne. Sieht richtig toll aus. Ja, der ist auch schön. Ja, wirklich. Aber als alter Duell-Veteran muss man sagen, wenn irgendwo was schön ist, ist auch irgendwo was scheiße. Selamat tinggal, Nadja. Und herzlich willkommen in Indonesien. Wenn du diesen Brief erhältst, bedeutet es, dass du eine der längsten Reisenden der Geschichte des Duells auf dich genommen hast. Nach meinen Berechnungen müsstest du dich jetzt inmitten der Insel Sulawesi in Indonesien befinden. Genauer gesagt, in Rante Pao auf dem Hochland Tana Toraja. Bitte mach es dir aber nicht allzu gemütlich, denn deine Reise ist hier noch nicht beendet. Circa eine Stunde entfernt liegt im Urwald ein kleines Dorf, in dem du auf das Volk der Toraja treffen wirst. Dort startet auch deine Aufgabe. Die Toraja teilen besondere und einzigartige Traditionen mit ihren Angehörigen. Nur wenigen Menschen wird die Ehre zuteil, an diesen Traditionen teilzunehmen. Und hier kommst du ins Spiel. Da wusste ich überhaupt nicht, was ich da mit anfangen sollte, weil es war keine klare Aufgabe. Du wirst eine Kultur kennenlernen, die unterschiedlicher zu unserer nicht sein könnte. In den nächsten zwei Tagen wirst du an diesen weltweit einzigartigen Zeremonien teilnehmen, die dich an deine Grenzen bringen können. Wenn du es schaffst, teilzunehmen und allen Anweisungen zu folgen, ist deine Aufgabe bestanden und der Länderpunkt geholt. Irgendwie glaube ich, das war auch so ein bisschen Teil von Klaas' perfiden Plan. Erstmal mich um die halbe Welt schicken, dass ich sowieso schon vollkommen fertig bin und gar nicht mehr klar denken kann. Und dann auch bestimmt nicht sage, nee, jetzt gehe ich wieder zurück nach Hause. Und ich muss ja irgendwie auch Joko gegenüber mein Wort halten und es wenigstens probieren. Auf dem Weg wird dich mein guter alter Freund Ander begleiten. Er erwartet dich schon und wird dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und dann kam ich da an und dann saß da ein Mann mit einem Hahn auf dem Schoß. Hi Nadja. Hi. Und dann habe ich Ander kennengelernt. Klaas, alter Freund. Look at these nice roosters. Oh, it's beautiful. He's so sweet. Yeah, fighting cock. Fighting cock. Okay, gut. Oh, see? He's saying hello. Und das ist jetzt dein alter Freund Ander? Ander, ja. Anna, kennst du doch. Nee, kenn ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Und ich wollte natürlich wissen, ja, was sind denn jetzt meine Aufgaben? So, what exactly is the challenge? The challenge is to learn the local solution. Okay. Ja. Ich finde, es ist so schön bis hier. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie man das jetzt noch brechen möchte, weil das kann ja gar nicht schlimm werden da. Sie wird eintauchen in eine Kultur und ich vermute mal, dass sie bis an ihre Grenzen gehen wird. In our tradition, it's always good to keep the love to, you know, someone you love, even if they have passed away. So, wo Licht ist, ist auch Schatten in deinem Duell um die Welt. Und dann musste ich mich erst mal umziehen und dann sind Ander und ich in dieses Dorf gelaufen. So, where are we going? Und als wir dann dort angekommen sind, okay, many people, war das eine totale Reizüberflutung. Alles voller Menschen. Es war laut. Alle waren gut drauf. Ich dachte, okay, hier ist ein Riesenfest. Und die Häuser waren geschmückt und überall stand Essen rum. Und dann sehe ich auf einmal so einen wunderschönen Schrein. Und dann sehe ich da drauf einen Sarg. Und dann hat's Klick gemacht an mir. Dann hab ich gemerkt, okay, das ist hier keine Hochzeit oder keine Geburtstagsparty oder Family Reunion. Das ist, äh, zur Beerdigung. So macht man das dort. Das sieht in einem total tollen Fest aus. Ich will wirklich, das ist, so würde ich auch gerne mal feiern. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist eine Beerdigung. Das ist eine Beerdigung. Das ist eine Beerdigung. Und dann hab ich auch verstanden, warum ich dieses Gewand anziehen sollte, weil fast alle so ein Gewand dran hatten. Das war ein totaler Kontrast zu dem, was wir kennen, weil alle sind so gut drauf. Und nicht so traurig und düster und deprit. Und ich dachte mir, boah, das ist eine Beerdigung. Aber es war eine ganz freudige, erregte Stimmung. Und das ist auch irgendwie so auf mich übergeschwappt. Ich war dann irgendwie auch so, okay, ja, jetzt irgendwas Tolles passiert jetzt. Und dann hat sich eine Parade gebildet. Es ging alles irgendwie so schnell. Und ich war mittendrin. Und dann bin ich mit den Frauen mitgerannt. Und wir haben das rote Band getragen. Und alle waren glücklich. Und ich war voll mitgerissen. Ich war voll drin. Und war total in diesem Moment. Und hatte wirklich totalen Spaß. Und dann habe ich geguckt, wo sind meine Leute. Die habe ich dann nicht mehr gesehen. Und da war so ein Gewusel. Und dann, glaube ich, so ein, zwei Meter weiter. Und dann habe ich da überall diese Wasserbüffel gesehen. Wunderschöne, große, mächtige Tiere. Und die waren so schön bemalt und geschmückt. Und ich habe mich schon gewundert so ein bisschen. Ich dachte mir, was machen denn diese ganzen Wasserbüffel hier? What is happening here? What is going on? It's part of the tradition. Oh, nee, Leute. Bitte nicht. Dann habe ich richtig gemerkt, jetzt kommt hier was anderes mit ins Spiel. Oh, nee. Oh. Und dann ist bei mir die Stimmung so langsam gekippt. Und da habe ich wirklich Angst bekommen. Oh, mein Gott. Passiert da jetzt das, was ich befrüchte? Ja, ich denke schon, ja. Und dann wurde ein Wasserbüffel nach vorne gebracht. Oh, mein Gott. Ich wollte es unterdrücken, weil für die Menschen dort ist es natürlich was ganz Normales. Und ich wollte nicht, aber es ist einfach passiert, dann habe ich angefangen zu weinen. Für mich war das furchtbar, das war schrecklich. Wenn jemand stirbt, sie glauben, dass das Leben hier hier weitergeht, wird in der Second World. Das heißt, Puiya. Die Geostatus in der Second World in Puiya wird wirklich determine, wie man die Funeral hier in dieser Realität macht. So, das ist, dass die Menschen in der Second World in Puiya verabschieden, weil sie glauben, dass es für die Menschen, die sie lieben, wenn sie zur Second World kommen kommen. Zum Dabeisein sozusagen als Zuschauerin, als Zuschauer, aber auch eben vor Ort, auch für Nadja und für das Team und für alle war das wahrscheinlich so der unerträglichste Part. Ich habe mich dann auch wirklich schon gefragt, so, ist es jetzt vorbei, ne, weil, was soll jetzt noch passieren? Ich war wirklich am Ende. Stirbt da jetzt nochmal jemand? Es stirbt keiner mehr. Gut. Ne, das kann ich schon sagen. Das wird etwas berücksichtigt. Es stirbt jetzt erstmal keiner mehr wieder. Erstmal? Also in dem Beitrag. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, also irgendwas muss es ja noch für mich zu tun geben, weil ich hatte ja eigentlich noch nichts aktiv gemacht. Ich habe immer überall nur zugeschaut. Und ich war dann auch irgendwie neugierig und wollte schauen, was jetzt noch als nächstes auf mich zukommt. Am nächsten Tag hieß es, ich soll meine Familie kennenlernen. Am Anfang war alles super nett. Ich kam an, ich wurde sehr, sehr nett empfangen. Mama Icha, Papa Icha. Hallo Papa Icha. Ich habe Kaffee getrunken. Sehr gut. Danke. Alle waren super nett. Alles war super toll. Und irgendwie dachte ich mir, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also dafür wurde ich bestimmt nicht hierher geholt, um irgendwie eine schöne Zeit mit einer netten Familie zu haben. Und dann hat Papa Icha was gesagt, was ich nicht verstanden habe. Papa Icha hat mich gefragt, ob ich mit der Familie mit ihm mit der Ma-Nene gehen kann. Was ist die Ma-Nene? Ma-Nene ist ein Ritual. Die Haare, die Haare oder die Haare oder die Haare? Ja. Okay. Das heißt, die Aufgabe ist für sie jetzt, sie greppt tote aus. Ja. Muss man so sagen. Okay. Okay. That's good. Gott, die hat doch keine Ahnung, was jetzt kommt. Muss man auch so sagen. Und dann sind wir dann am Berg hochgekommen. Und dann sehe ich da andere Leute, auch von der Familie. Dann war da wieder so ein Schreien. Oh nee. Ey, nicht schon wieder. Wir kommen doch von der Beerdigung. Warum jetzt nochmal? So langsam, glaube ich, dämmert ihr, was passiert. Und dann sehe ich irgendwie, wie sie so eine Tür aufmachen, von diesem kleinen Häuschen, was da steht. Und dann sehe ich da drin irgendwie irgendwelche Sachen. Das sah aus wie Möbel. Was ist going on? Well, it's part of the ritual. Und dann werden die so abgedeckt. Und dann denke ich mir, hä? Das sind doch Särge. Und dann dachte ich mir, nee, oder? Leute, das sind Särge. Und dann haben die diese Särge rausgeholt. Oh. Oh mein Gott. Und dann wurde der erste Sarg geöffnet. Ich war total sprachlos. Das war so eine Überforderung für mich. Und dann ist da alles voller Toter. Alles Tote. Ich hab sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Und stand einfach nur da und überhaupt gar nicht realisiert. Oder verstanden, worum es jetzt eigentlich geht. Okay, what am I supposed to do? Nadias Aufgabe ist es, der Manene beizuwohnen, einen Toten zu säubern, ihm frische Kleidung anzuziehen, ihm ein Geschenk zu geben und ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen. Ja, das war dann meine Aufgabe. Es ist für mich als Europäerin einfach was komplett Fremdes. Ich hab noch nie eine Mumie gesehen, vielleicht mal im Museum oder so. Und Ander hat irgendwie mir was erzählt und erzählt. Genau, every year they come to this Batane, they pray. Von dieser Manene und Familie. Aber ich hab überhaupt nichts gecheckt. Ich hab verstanden, dass es die Mutter und der Vater sind, aber ich stand da und ich war total sprachlos. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte. Und dann hat Apayitscha seinen Vater aus dem Sarg rausgeholt. Oh mein Gott, ich muss mal was. Oh, oh ja. Da brauchte ich auch nochmal einen Moment und musste mich nochmal zurückziehen, weil für Ander und die Leute, das ist ganz normal. Die wachsen damit auf und haben wahrscheinlich schon hunderte von Toten gesehen. Und für mich war es wirklich das erste Mal und ich hatte dann auch so Bedenken. Nicht, dass ich... Ich mach mal, fahr ich mal irgendwas kaputt. Davor bricht irgendwas... Oh Gott, ich weiß nicht. In unserer Kultur ist es ja eher sowas Makaberes oder sowas. Man stört die Totenruhe. Ich hab mich auch gefragt, wie soll das funktionieren? Ich weiß gar nicht, wie die sich anfühlen, wie man die hält. Ich hab da auf jeden Fall lange mit mir gerungen. Aber ich hatte mich auf dieses Experiment eingelassen. Ich lerne diese Kultur kennen. Ich mache diese Tradition mit. Und es ist eine Riesen-Ehre. Deswegen hab ich mich dann auch entschieden, die Challenge anzunehmen und es durchzuziehen. Probierst du es? Ich probier's. Ich kann nichts versprechen, aber ich probier's. Und ich hoffe, ich mach nichts kaputt. Ich find das total absurd gerade. Krass. Dann hab ich diesen Pinsel bekommen. Thank you. Und durfte dann mithelfen, den Bruder zu reinigen, zu entstauben. Und ich war irgendwie total steif, weil ich immer noch nicht wusste, wie feste darf ich jetzt mit dem Pinsel aufdrücken, weil ich immer diese Vorstellung habe, das zerfällt hier gleich alles zu Staub, wenn ich da zu feste rangehe. Ich hab dann einfach nur irgendwie funktioniert und hab dann vorsichtig versucht, diesen Staub runterzukriegen. Und es war einfach auch wirklich komisch. Also das Gesicht und die Zähne und die Haare und die kahlen Stellen. Ich ist sehr angespannt, ja. Wir merken so ein bisschen, dass sie so im Tunnel ist. Also ich war ja total verkrampft, aber die Familie war total locker. So richtig so mit Kippe im Mund. Also die waren tiefenentspannt. Und jetzt werden sie die Bräume verändern. Dann haben wir denen neue Klamotten angezogen. Ich wollte das auch irgendwie respektvoll machen und nicht mir jetzt anmerken lassen, dass das irgendwie total komisch ist. They need to have like a belt. It's too big the pants. The pants is too big. Okay. Yes, okay. Dann haben wir alle nebeneinander aufgestellt, dass die Familie quasi da zusammensteht. Haben wir denen noch Geschenke gegeben. Ich bin mir unsicht, ob ich das gerade richtig gesehen habe, was da passiert. Und jetzt ist die Mutter? Und jetzt ist die Mutter? Nein, die Mutter hat nicht geraucht, deswegen hat sie die Süßigkeiten bekommen. Jetzt muss ich ja nun auch nicht mehr anfangen. Das ist der Herr, das ist wirklich was. Alle waren super entspannt und haben mich auch wirklich ermutigt mitzumachen. Und ich dachte immer so, darf ich das jetzt? Ist das okay? Ist das nicht komisch? Aber die waren so, nein, 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 komm, komm, mach und so. Da hat man auch wirklich wieder so den Unterschied gemerkt, wie befremdlich das für mich ist, dort wo ich herkomme, in unserer Kultur und wie selbstverständlich das für die Menschen dort vor Ort ist. Also ganz kurz, das ist wirklich schön und ich finde das ganz toll, aber ich möchte jetzt mal den Elefanten im Raum ansprechen dürfen. Also aus westlicher Sicht ist das doch an Skurrilität nicht zu überbieten. Die rauchen da zusammen, einer sieht aus wie Elvis, das ist völlig absurd. Und das machen die einmal im Jahr, also jedes Jahr, bis sie selbst sterben? Ja. Ja, und dann haben wir da Zeit verbracht mit den Toten und durch dieses ganze Ritual an sich und dass ich da Teil davon sein durfte, hat sich auch meine ganze Stimmung schon verändert. Ich habe gemerkt, wie friedlich das eigentlich alles ist und habe mich dann auch am Ende wirklich gut gefühlt. Wenn ich das so vergleiche, einfach den Totenkult von hier mit der Art und Weise, wie wir mit Tod umgehen, ist es wirklich sehr, sehr gegensätzlich. Dort ist ja wirklich so, jemand stirbt, aber er ist irgendwie noch lange nicht tot und dann müssen noch ganz viele Sachen passieren, bis er wirklich in die andere Welt kommt. Und in dieser ganzen Zeit ist die Familie irgendwie noch zusammen. Also ich finde diesen Zugang, dass man sagt, ich höre doch jetzt nicht von heute auf morgen auf diese Person, lebendig oder nicht, zu lieben, natürlicher als die Entwicklung, die wir haben mit so einem Drinbamborium in irgendeiner Kirche, wo du einmal mehr reingehst und das Gefühl hast, was ist das hier für eine Veranstaltung, was hat das mit meiner Oma zu tun? Und je länger ich sehe, desto besser finde ich. Ja. Und dann war auch die Zeit gekommen, dann wurde mir gesagt, wir legen jetzt unsere Angehörigen wieder zurück in die Särge. Okay, pass hier. Und dann, als du gekommen bist und gesagt hast, die Challenge ist bestanden. Nadja, du hast deine Aufgabe geschafft. Ach Gott sei Dank. Und dann war mein Tag gerettet. Ja, krasser Erfahrung. Ich bin jetzt glücklich, dass es so bei ist. Und es war so bereichernd, diese Familie und diese Kultur kennenzulernen und diese furchtbar netten Menschen kennenzulernen, dass ich so herzlich aufgenommen wurde. Ja klar, das ist eine Fernsehsendung, da muss man eine Aufgabe haben und da muss man einen Punkt mitbringen und so, okay, okay, okay. Aber, und das habe ich auch immer daran gemocht, wenn ich selber unterwegs war, die Dinge, die man dann so mitnimmt, das sind Einblicke in Welten, die parallel zu unserer die ganze Zeit existieren. Und so die großen Fragen des Lebens, wie stellen sich die Menschen überall auf der Welt? Sie werden nur teilweise anders beantwortet. Und das erweitert auch nochmal den eigenen Horizont. Und wenn man dann noch einen Punkt mit nach Hause bringt, super. Und ich werde das mein Leben lang nicht vergessen, was ich hier in den letzten Tagen mit euch erlebt habe und dafür bin ich mega dankbar. Übrigens, andere Videos auf diesem Kanal findet ihr hier. Ja, wenn ihr den abonnieren wollt, müsst ihr da oben klicken. Nee, hier. Da? Da. Da, okay, gut. Und da gibt es ganze Folgen und zwar auf Join. Auf Join. Bock?